Nikolaus Abend Nikolaus Abend Nikolaus Abend Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin Lustig, lustig, kalalalala Weil ich Nikolaus Abend da Weil ich Nikolaus Abend da Nikolaus ist ein guter Mann Wenn man mich zu Glitzern klingt Lustig, lustig, kalalalala Weil ich Nikolaus Abend da Weil ich Nikolaus Abend da Montag, der 6. Dezember 2021, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video am Nikolaustag. Nikolausi! Auch heute müssen wir wieder das Adventskalender-Türchen öffnen, das ist klar, wir haben ja viel. Unbekannt macht der Lidl-Adventskalender. Na, könnt ihr es erkennen? Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Weiter geht's mit dem Degu-Adventskalender. Der Nikolaus ist unterwegs. Noch mal so einen Überblick hier. So, und jetzt sind wir beim Aldi. Aldi-Adventskalender. Und dann kommt der Weihnachtsbaum hervor. Und warum wir jetzt dabei sind, der zweite Adventskalender vom Degu. Auch ein Weihnachtsbaum. Sind ja nur noch gut zwei Wochen. Name Weihnachten. Dann sag ich mal, bitte like das Video und lass ein Abo da. Und wir sehen uns dann morgen. Nikolausi! Nikolausi!